das Moinsinn und herzlich willkommen zurück zu meinem let's play Scrap Mechanic Dieser Arm, da wurde mir schon geschrieben, den soll ich mir mal lieber aufheben Irgendwie wenn das ganze hier noch ein bisschen fertiger geworden ist Also der ist jetzt, wäre jetzt ein bisschen übertrieben den jetzt zu bauen Ich muss sagen, ich stimme zu, weil das ist wieder so ein Ding Das ist zwar cool zu haben, bringt aber letztendlich nicht wirklich was Und würde letztendlich wieder nur Performance kosten Deswegen wird der jetzt von mir hier entfernt Ja, das ist glaube ich auch genau, das war hier der Knopf, um das zu aktivieren Das machen wir jetzt mal weg Denn ich möchte jetzt, bevor wir hier irgendwie solche Spirenzchen machen mit irgendwelchen Roboterarmen Möchte ich erstmal die Grundfunktionalität gewährleisten von diesem Shuttle Und das ist natürlich der Flugmechanismus Wir haben ja die hinteren Düsen schon komplett verbunden Huch, wieso? Achso, wenn ich in einem bestimmten Winkel stehe, sehe ich die Verbindung nicht Guckt mal So würde man jetzt denken, dass es gar nicht richtig verbunden ist Wenn man jetzt von hier guckt Und wenn ich von hier gucke, sieht man, dass alles verbunden ist Das ist ja witzig Das wusste ich auch noch nicht So, ich möchte Also die Düsen da hinten, die haben wir verbunden Jetzt müssen wir natürlich noch diese Düsen hier unten verbinden Und ich würde sagen, das halbiere ich mal Und zwar werde ich, damit man das Raumschiff einfacher kippen und anstellen kann Also den Anstellwinkel kriegt Werde ich die vorderen und die hinteren Düsen auf zwei verschiedene Knöpfe aufteilen Ja, das werden wir jetzt tun Mach mal die Tür auf Und ich platziere erstmal jetzt im Cockpit Die entsprechenden zwei Knöpfe Und dann werden wir die mal verbinden Ah, hier ist schon offen Sehr gut Also, hier haben wir jetzt noch einen Knopf, genau Und dann Wo machen wir den anderen noch hin Ich muss jetzt die Knöpfe schon ein bisschen verteilen hier im Cockpit Ich baue die mal da neben dem Pilotensitz Wenn ich da mal rankomme Ah Die Decke ist zu niedrig Kann ich hier nicht raufhüpfen? Ja, jetzt Okay Da Genau Ah Ich komme nicht mehr raus Ich komme nicht mehr raus Scheiße, komm Du schaffst es Ich habe es reingeschafft, dann muss ich auch wieder rausschaffen Was reingeht, muss auch rausgehen So Das ist die Eins Da wollen wir nichts dran verbinden Wir wollen das Ganze Moment, das markiere ich mir gleich mal Indem ich den Knopf schon direkt verbinde Auf die Zwei legen wir sämtliche vorderen Düsen Das können wir sogar von hier machen Das ist nice Da haben wir auch den besseren Überblick Ich frage mich aber gerade, ist das wirklich da auf der richtigen Höhe? Wartet mal Das muss ich jetzt nochmal checken Dass die sich wirklich auch gegenüber liegen Und dass das auch wirklich die gleiche Anzahl an An Düsen ist Sonst haben wir da natürlich ein Problem Wenn die sich nicht gegenüber liegen Wenn die nicht symmetrisch ausgerichtet sind Ähm Doch, ne das passt Da musst du jetzt nochmal sicher sein Weil das kann einem die Beine weghauen Wenn das alles irgendwie nicht ganz symmetrisch ist oder so So, okay Dann machen wir jetzt weiter Ähm Einmal da hin Und einmal da hin Oh Gott, so wahnsinnig viele Verbindungen, ey Okay, da geht's schon nicht mehr Jetzt Oh Gott Oh Gott Ich seh hier gar nichts Da Es sind einfach zu viele Es sind zu viele Zu viele Verbindungen Ah, da hinten Ja Weiter Verbinden Verbinden Immer weiter verbinden Ah, nein Da geht's nicht Wenn ich hier rübergehe Ne Wenn ich hier stehe Ja Hier hab ich ein Ah, ne, okay Ich wollte gerade sagen, da hab ich eine vergessen Aber das ist wieder dieser Winkel Der falsche So, ich glaub Jetzt kann ich von hier gar nicht mehr verbinden, ne Ja, jetzt bin ich zu weit weg Okay Jetzt muss ich rausgehen Und muss das hier wieder Von außen Versuchen Schauen wir mal Los, mach auf Sesam, öffne dich Ah, sehr gut, hier kann ich den Knopf markieren Das ist gut Das passt alles noch Die Entfernung ist noch nicht zu weit So, Moment, wie viele haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Und hier sind's insgesamt Wie viel sind das? Sieben, acht, neun, zehn Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn Oh Gott, ne ungerade Zahl Okay, dann machen wir das mal so, dass vorne mehr Düsen zünden als hinten Weil vorne durch das Cockpit natürlich das größere Gewicht existiert Das heißt, siebzehn durch zwei sind acht und neun Dann machen wir vorne neun und hinten Acht So Äh, dahin Dahin Das war jetzt die siebte Die achte Und jetzt die neunte Gucken wir gleich mal Ich zähle gleich nochmal ab Damit wir da auch ja sicher sind, dass ich nicht irgendwie einen Fehler mache oder so Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Genau So, und die anderen werden jetzt entsprechend gelegt auf den Knopf, der da ist So, dann kann man nämlich die hinteren Düsen zünden, das Raumschiff entsprechend nach vorne kippen Und man kann die vorderen Düsen zünden und das Raumschiff entsprechend nach hinten kippen Das ist sehr schön So wollen wir das haben Dann ist das schon mal so ein bisschen so eine Manövrierfähigkeit, ja, die man dann da hat Ja, nicht darauf Oh Gott, hab ich jetzt, Moment, da muss ich gleich dann nochmal gucken, dass ich auch ja die richtigen Die richtigen Knöpfe benutze Jetzt darf ich mich hier nicht verdengeln Ich meine, wenn eine Düse fehlzündet, wäre das jetzt glaube ich noch nicht mal so schlimm bei den ganzen Düsen Aber das Problem ist, wenn das mehrere sind, wenn ich jetzt hier irgendwie mehrere auf den falschen Knopf legen würde Man sieht's halt auch so unglaublich schlecht, weil mittlerweile, man sieht ja hier nur noch Connections gerade Man sieht ja nix anderes mehr Das ist schon ein bisschen anstrengend hier grad Also, ich blick nicht mehr so richtig durch, muss ich ganz ehrlich sagen Ich weiß nicht, wie es mit euch ist Aber ich blicke nicht mehr durch, ich glaube, so viele Connections habe ich noch nie gezogen Das sage ich wahrscheinlich jedes Mal Aber in dem Fall dürfte es sogar mal stimmen So viele Connections habe ich echt noch nie Connected Das ist voll die Connection hier Gibt's nicht So, Moment, oh Gott, dass man aber auch immer diese Connections dann auch nicht sieht Manchmal Das ist echt so ein bisschen Das macht die Sache nicht leichter Dass die dann so wegblenden oder durchsichtig werden Wenn man von hier guckt, man sieht gar nichts, man sieht gar keine einzige Verbindung mehr Das ist so heftig So, wie schaut's Es ist auf jeden Fall schon mal jede Düse verbunden auf der Seite Auf der Seite Auch Okay Die sind ja alle noch auf halber Kraft, ne, genau Das lassen wir auch noch mal kurz so Ich werde jetzt mal spaßenshalber beide Knöpfe gleichzeitig zünden Da müsste ja eigentlich das Schiff gleichmäßig nach oben abheben Wenn mich jetzt nicht alles täuscht Aber ich muss glaube ich die vorderen Düsen ein bisschen stärker einstellen als die hinteren Weil vorne einfach mehr Gewicht auf den Düsen lastet So, jetzt verbinden wir das Ganze hier noch Okay Machen erst mal Moment Ähhh Stopp Ich will mal noch vorher Auf dem Pilotensitz den Knopf verbinden Ah nein, jetzt komme ich nicht Nein! Jetzt komme ich nicht mehr raus Moment Stopp Ich habe ja hier noch eine Luke außen Ich muss durch die Außenluke nach innen Ich habe mich rauskatapultiert mit dem Schleudersitz gerade, habt ihr es gesehen? Huch! Ja, ist ganz schön eng hier alles im Space Shuttle Muss ich ganz schön, ganz schön durchquetschen So, ich wollte jetzt hier nämlich noch den Knopf für das Öffnen der Außenluke Entsprechend mit dem Pilotensitz verbinden So, dann drücken wir mal das Knöppchen Hä? Achso, falsche Luke Aha Moment Nein Oh, Mann, oh Mann, oh Mann Lass mich rein Ganz langsam So, und jetzt hüpfen Ganz ruhig Wir haben es gleich, wir haben es gleich Welcher Knopf war denn da nochmal für verantwortlich, verdammt Moment Äh, also der hier schonmal nicht Oh Gott Der da unten war's Oh, man sieht gar nichts mehr Man sieht vor lauter Connections den Wald nicht So geht's jetzt Ja, endlich Jetzt kann ich hier endlich die Die Rampe schließen Die Laderampe, okay So, jetzt aber Also, Moment Ich muss nochmal C drücken, damit ich auch alles sehe Die 1 sind die hinteren, ne? Ja, die brauchen wir erstmal noch nicht So, dann die 2 Kann ich leider nicht erkennen Das sind aber die vorderen gewesen Und die 3 Wenn ich beide zünde Bewegt sich das Schiff Keinen Millimeter, okay Das heißt, das Gewicht ist noch zu groß Dann müssen wir wohl oder übel nochmal Hui Wie ich da mal rauskatapultiert werde Dann müssen wir wohl nochmal die Düsenstärke erhöhen Dann reicht das wohl nicht mit halber Kraft Dann müssen wir wohl nochmal Die Düsenstärke verändern Aber sie scheinen schon mal alle so zu zünden, wie sie zünden sollen Das ist schon mal gut Also, da müssen wir jetzt hier mal durchgehen Ich finde das doof, dass das nicht standardmäßig Auf voller Kraft steht Dass man das immer selber machen muss Oder dass man das nicht leichter einstellen kann Weiß nicht, ich fände das cool, wenn man das auch von außen machen könnte Ohne dass man in so ein Menü geht Wenn man hier, keine Ahnung, so einen Schieberegler hat Und man drückt und zieht den einfach Das wäre irgendwie cool Dass das in der Welt passiert Dass man nicht nochmal so ein extra Overlay hat dafür Aber es bestimmt zu kompliziert Beziehungsweise Man müsste immer sehr nah rangehen Um die Steuerung dann zu verändern Beziehungsweise die Stärke zu verändern Und So kann man das halt auch von weiter weg erledigen Da muss man halt nur ein Rollover mit der Maus machen Und dann einstellen Das ist natürlich der Vorteil von der Methode Aber bei einer großen Menge Düsen Ist das auch wieder nervig Weil man dann Ach gut, die andere Methode wäre genauso nervig Müsste sich ja auch immer noch vor die Düse stellen Ist halt so ne Sache Es müsste, es müsste einen allgemeinen Stärke Einsteller geben Also so ein, sowas wie den Timer Block Wo man die Düsen dran verbindet Und dann einfach an dem einen Block An dem alle Düsen dranhängen Die Stärke einstellen Das müsste gehen Der Block müsste die Einstellung der Düsen dann überschreiben Quasi Das wäre cool, wenn es das gäbe Dann müsste man für so ne große Düsenmenge Das nicht immer individuell einstellen Dieses Individudel Zeug Kann sich nur noch um Stunden handeln Komm schon Ich hab mir auch schon vorgenommen Ich werde Gleich, wenn das fertig ist Also wenn, was heißt gleich Ich werde noch die Startrampe bauen Auf jeden Fall Das habe ich mir schon fest vorgenommen So, dann gehen wir mal wieder ins Cockpit Mal schauen, ob es jetzt abhebt Und bevor jetzt die ganz schlauen wieder schreiben Ja, das Space Shuttle hebt aber senkrecht ab Also, äh, er hebt aber nicht senkrecht ab Das startet, äh, äh, von, von Das steht aufrecht und startet dann so Das weiß ich, ja, also das ist mir schon klar Bloß trotzdem muss ich erstmal die Schwebefunktion testen So Schauen wir mal Jetzt sind Alle Reihen aktiv Und wie wir sehen, sehen wir nichts Es hebt nicht ab Es ist zu schwer Aber jetzt interessiert mich mal noch was passiert Wenn ich die hinteren parallel zünde Ah, guckt mal So könnte man ein Hovercraft bauen Also, das funktioniert schon mal Es, es bewegt sich Das Problem ist jetzt, um wirklich abzuheben Reicht der Schub nicht Also auch, der Schub hinten würde nicht ausreichen Da musste auch noch mehr passieren Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir so viele Düsen brauchen, ne Ich hätte das nicht gedacht Also, ich hätte jetzt gedacht Hier, ja Paar Düsen und dann läuft das Ne, ist nicht Jetzt will ich mal gucken, können wir hier noch Düsen dazwischen setzen Ja Können wir, das machen wir auch Die braucht es auf jeden Fall noch Wahrscheinlich müssen wir hier auch noch alles ausfüllen, da hinten Die stellen wir mal auf stark ein Wie habe ich eigentlich die Düsen oben eingestellt? Mal die nochmal nachgucken Ah ja, genau, die habe ich maximal eingestellt Die Düsen hier habe ich nur so auf Ein Strich weniger gestellt, ne, genau Ich glaube schon Hier auch, ne, genau Alles klar Dann stellen wir die oben auch auf Maximum Stellen wir auf Maximum Genau, korrekt Sehr schön Und hier könnten wir eigentlich auch noch eine Ah ne, das passt hier nicht Aber vielleicht Da so Ich muss glaube ich sowieso die ganze Rückwand einpflastern Mit Düsen, damit da überhaupt was passiert So, jetzt müssen wir das Ganze aber erstmal verbinden Oh Gott, es werden immer mehr Verbindungen Es werden immer mehr Verbindungen Guckt euch das mal an Ich blick schon gar nicht mehr durch Okay, die müssen wir auf die 1 legen Die, die nach vorne abstrahlen So Also es kann sich echt nur noch um Stunden handeln hier Der Spaß So 1, 1, 1 Wo ist die 1? Da ist die 1 Darf auch nicht aus Versehen die falsche treffen Die falsche Zahl Weil sonst zünden nämlich die Düsen dann, wenn sie gar nicht zünden sollen Das wäre nicht so gut Haben wir jetzt alle Die ist verbunden, die ist verbunden Die und die auch Gut, haben wir das schon mal So, jetzt brauchen wir innen doch noch ein paar mehr Düsen Ich meine Man könnte zur Not auch noch hier am Rand beim Cockpit vorne auch noch Düsen unterbringen Ich guck mal, wo ich hier noch Spielräume hab Hm Ich meine theoretisch Hm Ich müsste jetzt Müsste jetzt hier noch eine Reihe Düsen parallel daneben setzen Dann wird natürlich der Laderaum wieder enger Hahahaha Ist hier drunter? Was ist denn hier drunter eigentlich? Wartet mal Muss mal grad ein Loch reinschneiden Ein Blockloch Ah, da ist nichts, okay Und da ist der Boden Okay Naja, das würde ja theoretisch bedeuten Moment Moment Das bedeutet, wenn ich Da eine Düse setze Also hier so Oben drüber Moment Wenn das überhaupt geht Muss ich mal grad schauen Huch Ah nein He So Wenn ich jetzt hier den Boden mal kurz weglösche Ah, ich kann nicht so weit nach unten gucken Ah doch Es geht, wartet mal Jetzt hier Ja Genau Dann kann ich die Düse so bauen, dass sie komplett den Hohlraum ausfüllt Unten Das würde gehen Das wäre eine Möglichkeit Ich könnte auch alternativ dazu Unterhalb des Space Shuttles auch noch eine Blockreihe bauen Und dann Die Düsen noch ein bisschen tiefer legen Das könnte ich auch noch machen Dann müsste ich das jetzt wieder auf den Lift setzen Und dann könnte ich quasi den Hohlraum darunter Also beziehungsweise den Hohlraum Was heißt den Hohlraum? Den Raum Im Boden auskleiden mit Düsen Also komplett fast schon Also durchgängig Auf jeden Fall mehrere Reihen Parallel Ich glaube das ist sinnvoll Weil die am Rand, die bringen es nicht Die sind nicht stark genug, die Düsen Die sind alleine nicht stark genug, um das Shuttle anzuheben Weil das Ding ist, das soll ja hovern Ja, das soll ja schon in der Luft dann schweben Und das kann es nicht, wenn die Düsen nicht stark genug sind Das ist halt das Ding, deswegen Dann müssen wir an der Stelle Düsen reinsetzen Das ist auf jeden Fall wichtig Das müssen wir machen Ich würde aber sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende Ich muss jetzt sowieso erstmal das Ganze Ja, auf den Lift setzen Muss unten den Boden ein bisschen vergrößern Das werde ich auf Screen machen Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Düsen platzieren Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic Bis dann, ciao, ciao Bis dann, ciao